Boah, Junge, hast du Haare auf dem Kopf? Ja, so nach drei Monaten, ne? Hammer, Hammer! Da schneide ich aber, jetzt nehme ich keine Mundschere, da nehme ich aber größere Maschinen für Haare. Okay, ja, ich vertraue dir, weißt du. Wiederhalt es! So, oh! So, oh, 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 oh! So, Junge, jetzt wollen wir mal gucken, ne? Sieht doch schick aus. So, so fühlt sich wieder wohl, ne? Auf jeden Fall, was man doch alles mit großem Werkzeug anstellen kann, ne? So, jetzt anständige Rasur noch. So, jetzt anständige Rasur.